Wenn es um Marathon geht, dann fühle ich mich in Frankfurt zu Hause. Die Strecke in Frankfurt kenne ich, bin Halbmarathon gelaufen, ich bin die Staffel gelaufen, ich bin ganz gelaufen. Einfach toll. Zwei Drittel der Vorbereitung ist rum, sage ich mal, round about, der eine hat bis früh angefangen, der andere ist weniger lang. Die erste Frage ist immer, was mache ich noch im Training, habe ich zu viel trainiert, vor allem habe ich zu wenig trainiert, kann ich noch was aufholen? Und ganz wichtig ist, dass man da in der Phase jetzt, die letzten 14 Tage, wo man überhaupt noch effektiv trainieren kann, tatsächlich nicht zu viel macht und dann auch den Gang rausnimmt und Training, Training sein lässt und Luft dran lassen. 14 Tage vorher ist es Schluss mit Training. Egal, wie viele lange Läufe ihr alle gemacht habt, Training kann man nicht aufholen. Sie werden formmäßig nichts mehr dazugewinnen. Sie werden nur noch verlieren, indem sie mehr machen. Nichts mehr aufholen wollen. Das ist ganz wichtig, die letzten 14 Tage. Das Ziel ist am Ende nicht die 3,59 oder die 3,29 oder dieses 5 Stunden. Jedes Ziel ist eigentlich, sich diesen Wunsch zu erfüllen, ins Ziel zu kommen, anzukommen in dieser Festhalle. Das ist das, was euch treiben sollte, uns mal zu zeigen. Und jetzt haben wir noch 14 Tage Zeit. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, kein langer Lauf mehr, kein Testrennen und erhöht den Schlaf, erhöht die Ruhe. Gönnt euch das, diese 14 Tage euer Körper. Verdankt es euch. Nein, normal essen. Riesenthema, ja, Riesenthema, ja. Keine Diät. Kommt immer wieder, egal wo ich bin, egal mit welchen Marathonläufen ich spreche, egal ob die 4 Stunden laufen wollen oder 2,30 Uhr, kommt immer wieder, soll ich so eine Kohlenhydrat-Diät machen? Für uns Freizeitläufer nicht. Keine Diät. Freunde, wir wollen leben, wir wollen Freude haben, wir wollen laufen. Keine Diät. Ganz normal weiter essen und viel trinken. Ja, und dann auch, klar, wenig Alkohol. So ein Event, so eine 42 Kilometer Herausforderung, ist immer wieder eine Prüfung. Und da ist man nervös, das ist eigentlich klar. Aber je lockerer man ist, je entspannter, umso besser gelingt es. Und das wollte ich heute versuchen rüberzubringen, klarzumachen, in seine Stärke vertrauen. Und ich glaube, das ist mir heute ganz gut gelungen. Und ich glaube, das ist mir heute ganz gut gelungen.